Vielen Dank. Ich habe nämlich nicht viel zu sagen jetzt, sondern ich möchte nur eine junge Künstlerin ankündigen und zwar eine jüngere Künstlerin, als sie denken, im Programm hervorsteht nämlich Linda Kau, seit zwölf, sie ist aber jetzt elf, this we keep in mind, wenn wir sie gleich erleben, und zwar an dieser Harfe, ja, es ist wohl noch eine Kinderharfe, aber mit allem, was wohl dazugehört, wenn ich es richtig einschätzen kann, fünf Pedale, etliche Seiten, hoffentlich müssen wir nicht noch stimmen, glaube ich nicht. Ja, wir wollen nicht mehr Zeit verlieren. Linda Kau, elf Jahre, tritt auf. Hallo Linda. Und sie wird uns ein traditional, ein betonisches traditional spielen, ein Stück von Stefanie Lula namens World Wolf und ein Gloria in Excelsis Spiel. Total. Bitte. Was du spielen sollst? Ähm. Ich darf es ja nicht zeigen. Ja? Ich lasse mal hier liegen, du kannst hier noch ein. Ja? 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 An? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020